Jetzt, wo es um die Wahlen geht, wo die Chance besteht, die letzte bürgerliche Regierung in Deutschland zu killen. Es gibt keine bürgerliche ohne Grüne und andere SPD in Deutschland. Das heißt, die Bayern ist eine Trutzburg und das muss da rausgeschossen werden. Und deswegen hat man das herausgenommen. Das ist die Wahrheit. Und die Bevölkerung, die weiß, ist ein Hund, ist nicht ein Hund oder so. Ja, die weiß schon, wo es lang geht. Die hat eine Witterung. Die hat noch auch ein Gefühl für Fairness und für Dreckigkeit.